also tatsache am ersten tag hatte ich auf dem pc durchgehend 15 fps geil sexy das war eigentlich schon fast körperverletzung ja wurde die ja schon ja 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 hallo calvin habe ich hier nicht schon gesagt er soll im lager bleiben jetzt ist ja schon wieder hier hallo calvin tschüss calvin ok hat ja super geklappt ich kann jetzt einfach weg 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 und wie viel seid ihr noch soo der eik wilkinson nach drei nach dem dritten schnaps ja gut wenn man nicht oft trinkt dann ja kann ich verstehen mal schauen mal schauen ne david der brownie trinkt auch ein bisschen ok das muss ich sogar ja ja Vielen Dank. Ich schwöre es dir, ich schlag dich. Nebenbei töte ich Vampire. Das ist auch gerade Verzweiflung hier. Das Spiel kann sich nicht entscheiden, was es will. Ich packe erstmal hier den Schüssel hin. Bleibst du da? Ich schwöre es dir. Du bleibst jetzt hier. Dann baue ich dich jetzt halt hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Gucken wir mal. Ob das Spiel jetzt Angst hat, sehe ich, wenn es gleich Dinge tut. Aber dann kann ich endlich mal auf Toilette. Ja, Pipi-Pause. Früher konnte ich einfach Pipi-Pause machen und habe das Spiel nebenbei laufen lassen. Also, wenn ich das jetzt mache, weiß ich nicht, ob das Spiel danach noch da ist. Nutze ich das gerade schön aus? Ich dachte, er hat es jetzt rübergeworfen. Gib, gib, gib. Dann Ballabuben. Mhm. Oder Ballabuben auf Flohs Toilette. Da platzt aber alles. Oh, Toilette-Chan. Okay, gefällt mir dieses Konstrukt gerade. Interessant. Kann man damit noch was machen? Jetzt ist das Problem, jetzt könnte ich noch weiter in die Höhe bauen. Aber ich will ja jetzt nicht noch höher bauen. Fuck it. Aber wir sollten das vielleicht zumachen. Das ist ein bisschen... ...dov. Oh, jetzt hat er das. Das ist kaputt gemacht. Äh, ich mache heute nicht die zwei Minuten, weil ich Halsschmerzen habe. Ich weiß nicht, warum ich heute Schmerzen... ... beim Schlucken habe. Ich habe das vorhin ausnahmsweise gemacht. ... aber es tut meiner Stimme heute nicht gut. Ich hoffe, Freitag ist wieder besser. Ich weiß auch nicht, was das heute ist. Heute Autschi bei Stimmi. Hier so hier hinten im Rachen. Als ob ich auch einen Frosch verschluckt hätte. Äh, nee, das ist das zweite Mal. Vorhin habe ich es ja gemacht. Am Anfang. Aber da habe ich gemerkt, das geht halt nicht so gut. Hoffen wir einfach, Freitag ist es wieder weg. Dann... ...kriegen wir das schon hin. Achso, dass du aktiviert hast. Dann drücke ich dir die Daumen, dass es Freitag wieder... ... dass meine... ... dass Freitag meine Stimme wieder richtig mitmacht. ... und dass ich nicht krank wäre. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Weiß leider nämlich auch nicht... ... was da gerade los ist. Äh, Dankeschön. Das wird schon irgendwie... ... so, zack, zack, zack. Gehen wir mal speichern. Wir können das gleich mal richtig anschauen. Ich schätze mal, die beiden könnten das jetzt... ... zu Ende bringen. Aber wäre cool, wenn ich das... ... das kleine... ... das kleine Häuschen dann fertig kriege. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was geschafft heute. ... ... bleib hier. Konter fallen ganz vorsichtig, ganz ruhig. Okay. Ganz ruhig und sachte. So. Geil. Ja, ja, ja. Hier kann man durchgucken. Hi, Jo. So, wir gucken uns das jetzt mal an. Schauen wir uns erst mal ab. Das hat ja nichts damit zu tun. Was zur Hölle war das gerade? Ach so, weil du kein richtiger langer Baumstamm bist, sondern nur so ein... Okay, ich hab verstanden. Sehr gut. Pack ich dich jetzt halt... Das ist aber ein langer. Nee, das ist ein... Liegt hier was rum? Jetzt wird's dunkel. Nein! So ein Möchtegern stammen. Hm? Baby Dori. So, gucken wir mal. Ja. Mit dem Baum? Gefällt mir. Tatsache. Danke, David. Ja gut, das muss auch noch weg. Gehört auch nicht dazu. Ja, Mann. Gefällt mir Tatsache. Wenn man Bock hat, kann man noch nach oben klettern und sich dann da oben hinlegen und sonnen. Hallo Lucifer. Hallo Lucifer. Ja. Dann hätten wir das Häuschen erstmal fertig. vom Bau her. Ja. Da muss natürlich noch genug, ähm, Licht und so rein. Sonnenbank gleich mit eingebaut. Ja, ganz oben. Ja, ganz oben kannst du dann rauf klettern und dich dann da oben, äh, langlegen. Da ganz oben. Da war ich extra gerade. Ich meine, ich könnte... Oh, jetzt könnte ich dann noch weiter nach oben bauen und dann auch so'n Dach... So'n kleines Dach hier vorne und oben ist dann noch ein größer... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich hasse es. Irgendwas ist das Haus zum Stock... Ich wollte nur, dass es ein Stockwerk ist. Das ist ja die Scheiße, Darksave. Das sollte nur dieses Stockwerk hier unten sein. Nur das hier. Nur das hier. Mitten im Dach. Und jetzt ist es ein zweistöckiges... Zweieinhalb. Und wird jetzt anscheinend ein dreistöckiges. Oh, nee. Ich probier's einfach. Aber ich brauch Baumstämme. Spiel Forest, haben sie gesagt. Bau was, haben sie gesagt. Was ist das so groß wie Deins? Ich befürchte leider Gottes auch. Ich hoffe mal nicht. Da muss ich auch noch das zumachen. Aber ich habe den Teil hier unten schon alles zugemeißelt. Das wird dann auch zugemacht. Also Schritt für Schritt wird alles gemacht. Ich vergesse es nicht. Ich habe auch nicht meine extrem lange riesige Brücke vergessen, die ich machen möchte. Aber nach und nach. Lasstourgel. Enf行t sie zusammen. Was so hoch ver websites zu tun. Und das wie sie Mine. Ich musste versensanks schenken. Marieren. Ich lasse den vierten. Trinken und essen, dann trinke ich mal ein Energy. Esse Katzenfutter. Dann funktionieren die Seidrutsche wieder. Ja, das hat sich das letzte Mal verbackt. Das macht Spaß, haben sie gesagt. Ja, sehe ich nicht. Aua, ist ja gut, krieg ich direkt Schläge. Den baust du nicht noch mit. Da, B, C, D, F, G. Die Cheetah vorne ist. Was ist das? Jetzt wartet er so. H, I, I, K, L, M, N, O, P, N, O, P. Los, Calvin, opfer dich! Sehr gut! My boy! Have a nice day. Aber heute habe ich es mit dem Have a nice day, ne? Das ist ja furchtbar. Scheiße. Das hat gerade echt in dem Hals wie getan, wo ich so hoch die Staben gezählt habe. Soll ich es mal vielleicht nicht machen. Darkness, Light, Darkness? Du musst jetzt hin. Ey, ich schwöre es dir, wenn der jetzt hier nach oben kommt, ne? Ich drehe Chloe so kaputt. Ich drehe dir so auf den kleinen Zeh, wenn der jetzt hier hochkommt. Was habe ich damit zu tun? Eine Menge? Der sieht dir sehr ähnlich. Wobei, eigentlich könnte es auch eine langgezogene Niere sein, aber naja. Bitte stofft sie ihren Boxsack aus. Hehehehe. Woher weißt du das? Warum lacht sie so gruselig? Ich glaube, sie stimmt dazu. Woher weißt du so gruselig? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Darkness. Okay. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Das macht Gebühren, ne? Und dann könnte Jute Byrne auf einmal auch dieser Rutsche nutzen. Oh, das fände ich richtig cool. Dann hält er es so mit seinen Fingerchen fest, weil das besteht ja ... Er hat ja so ein Riesenloch, ne? Und am Rand, das sind ja alles so nur Finger. Da könnte er sich so festhalten und dann ... Dann rutscht er wie so ein Burrito durch die Gegend hin und her. Wie so eine Wurst, wie so ein Hotdog. Oh, geil. Oh, das fände ich toll. Das, das möchte ich jetzt zeichnen. Nein, bitte nicht. Wie er sich dann mit allen, diese ganzen kleinen Fingerchen festhält, so. Und ganz schwer atmet. Ich schreibe es auf. Als ob ich das zeichnen könnte. Egal, ich schreibe es auf. Ich glaube, das würde ich nicht hinkriegen. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausgetestet, aber ... Okay, ist schon zu viel. Dann können wir jetzt hier wieder ein bisschen voll machen. Dazu noch Flickflackfloh. Der Flickflackfloh ... Sagt es nicht immer Gronkh? Flickflackfloh? Oder sagt er auch nicht ... Oder sagt er etwas anderes? Ich glaube, ich habe es schon mal gehört. ... Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. So ein Forest-Fiecher. Ja, zu diesem ... Zu diesem komischen Lang da, der immer so die Flickflacks macht, den wir gerade gesehen haben. Mir fehlt gerade kein anderer Name mit F ein. Ah, okay, super. Dann ist es also ... Für Flo vorbestimmt, ich verstehe. Aha. So viel Zufälle gibt es nicht. So, Calvin, Schmelwin. Du machst jetzt hier mal ein bisschen. Beseitige mal 10 Meter. Aus deiner Hose. Warum blutest du an der Hose? Was hast du denn da gemacht? Zu viel ... Egal. Ähm. Muss ich umbringen? Calvin? Calvin? Er bringt sich herum. Okay. Mach mal. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht erschlägt. Calvin? Ich glaube, das reicht schon. Calvin? Ach, Calvin. Jetzt holst er die ab, die keine Baumstämme geben. Ach, ich liebe dich. Aber wir haben ja gesagt, er soll 10 Meter abholstern. Holst er alles ab. Ist schon okay. Erstick an deine Blaubeere. Äh, ja. Gute Nacht, Brownie. Halt. Halt. Stopp. Folgst jetzt mir und machst nichts weiter. Reicht. Dankeschön. Hat schon ein bisschen geholfen, Calvin. Das war jetzt wieder zu viel macht. Verschwenden wir zu viel. Das ist jetzt ein bisschen aufpassen. Ich bin sehr froh, dass die Baumstämme jetzt, also die Bäume noch wachsen. Speichern. Sicher, sicher. Alter, tut mein Rücken aber auch weh. Ich weiß. Heute bin ich aber echt geschunden vom Leben. Natürlich, Liz. Äh. Wird dir auch gute Besserung. Hast du Sport gemacht? Ich hatte sehr viele Stunden zwei Huskys. Das ist wie Extremsport, ja. Und dann habe ich noch eine, ähm, so einen kleineren Baum entwurzelt aus dem Boden. Der war so tief verankert. Äh, ja. Ja. Das war auch Sport. Da musste man echt mit Gewalt ran. Das war nicht ohne. Ich habe danach echt erstmal Asthma gehabt. Ja, ein bisschen. Aber ich glaube, mein Rücken ist wegen diesem scheiß, äh, kleineren Baum ein bisschen Rippchen. Weil ich musste die ganze Zeit in Hocke sein. Da war einfach kaum Platz. Ja. Ich mag meinen Rücken nicht so. Ja. Ja. Wow. Wow. Bei Calvin geht das einfach so alt. Das, das trifft ihn und geht dann an ihn so vorbei, passiert nichts. Wenn mich der Baum trifft, bin ich tot. Ist das unfair? Ist das unfair? Calvin, ich hasse dich. Du Mobber. Hier hast du verdient. Hier noch was, oder? Nö. Können wir Floh schlagen? Könnt euch gegenseitig schlagen, ist mir egal. Macht, was ihr wollt. So, perfekt. Erst mal die Ladung hier wieder... ...saben. Wunderbar, wunderbar. So läuft es Tatsache besser. Als wenn du einmal losgehst, dir ein paar Baumstürme holst und dann wieder irgendwann zurück musst. Wenn du jetzt hier halt immer überall so Zwischenlager hast, das ist echt ziemlich praktisch. Ich hätte das Feuer machen sollen. Ich habe das jetzt nur gemacht wegen den Abstürzen. Aber an sich ist das allgemein sehr, sehr nützlich, finde ich. Ich habe das allgemein sehr, sehr nützlich, sehr nützlich, sehr nützlich, sehr nützlich, sehr nützlich. Wer isst die nicht gerne? Ja! Wer isst das nicht gerne? Den muss man mir mal zeigen, den Menschen. Der ist echt widerwärtig dann. Kann man das nicht mögen? Ich bin immer ein echter Gummi. Sehr gut. Warte. Ich lese gleich. Ich lese mich hier kurz beeilen. So, jetzt. Ich habe mein Kabel aus dem Boden gezogen, so circa 20 Zentimeter tief und habe das ohne Auskram rausgezogen. Seitdem habe ich Probleme mit dem Rücken, aber mein Arzt meint immer nur, ja, das ist alles in Ordnung. Bist du zu dick? Wow. Wow. Was so dumme Aussagen sind das denn, bitte? Das ist ja richtig bescheuert. Ey, wow. Es gibt wirklich leider sehr viele scheiß Ärzte. Solche Sprüche dann. Hat nicht immer was mit dem Körpergewicht zu tun. Es gibt auch dünne Menschen, die haben Probleme mit dem Rücken. Rücken ist nun mal ein ekliger Körperteil, der sehr angriffslustig ist. Und auch sehr anfällig, leider Gottes. Ja, hier, Ju, hier. Ja, ist halt... Das ist einfach nur Bullshit, ey. Ich meine, es kann dazu führen, ja, aber es ist doch nicht immer der Grund. Man macht sich das einfach... Der macht sich das einfach nur einfach, anstatt der mal vielleicht mehrere Sachen ausschließt oder... Keine Ahnung. Ich hasse sowas, wenn man einfach von irgendwas ausgeht, obwohl man es nicht weiß. So, ich gebe, ich habe mein Tagesziel für heute gerade erreicht. Alles klar, Darkstaff, dann schlafe gut. Danke, dass du da warst. Jetzt siehst du dann die 10 Tonnen Wasserstoffbombe hinterher. Oh, danke für den Nachtisch. Das ist so großzügig heute. Das ist so großzügig heute. Ach ja, ich lege so die Menschen auf. Das ist so großzügig heute. was ist jetzt dahin why are you doing this schnell speichern meine tür ist wieder kaputt gesaved gott sei dank so mal kurz hier strecke da kann man sich nur einen anderen arzt und die suchen weil da wird nichts gescheites mehr rauskommen leider ich habe da auch so ein ärztehaus und bei dem ein arzt will ich nie wieder hingehen also da brauchen wir gar nicht mehr erst ankommen quacksalber problem ist da sind jetzt neue ärzte auch noch bei ich weiß immer nicht die denn drauf sind und ich hasse es immer neue leute kennenlernen zu müssen also fremde ärzte oder so das mag ich gar nicht soll mich einfach nur in ruhe lassen mit meiner medikamente jeder macht das jetzt nicht nicht ich hasse das hier das war mein haushalt ist bei uns ist das so dass die bezirke haben und da kann ich nicht einfach zu einem anderen bezirk gehen die neben ein dann nicht auch nicht wow scheut ist das denn bitte das ist ja nicht scheiße sonst ich nicht mal seinen arzt aussuchen darf völlige kacke ich bin hörend try ich mal jetzt aber aus ja war ist auch ein koreanisches wort sehr gut try try try